sind bitcoins das geld der zukunft wir lesen oft über bitcoins in der zeitung wir hören darüber in den nachrichten weil bitcoins bei erpressungsversuchen benutzt werden weil elon musk der gründer von tesla einmal sagt bitcoins sind das gelbe vom ei und sechs wochen später sagt sie sind wegen des hohen stoff verbrauchs teufels zeug weil der kurs von bitcoins gegenüber dem euro unglaublich schwankt in diesem jahr war so hoch wie 60.000 und auch so niedrig wie 30.000 also sind bitcoins das geld der zukunft wenn wir jetzt geld benutzen verlassen wir uns immer auf einen vertrauenswürdigen dritten bei scheinen und münzen auf die notenbank und auf den staat dass das geld erhalten wird der wert des geldes erhalten bleibt wenn wir digitales geld benutzen also dann verlassen wir uns auf unsere bank dass da nicht geld vom konto verschwindet dass überweisungen korrekt durchgeführt werden dass nicht jemand mit meiner kreditkarte bezahlen kann geht das auch alles ohne einen vertrauenswürdigen dritten können wir alle zusammen dieser vertrauenswürdige dritte sein das ist bei bitcoins so und die unterliegende technologie sind blockchains das ist ein verteiltes aber trotzdem fälschungssicheres kassenbuch das liegt bitcoins zugrunde und diese bitcoin technologie wird auch viele andere anwendungen haben ich hoffe ich habe sie neugierig gemacht